Auch zu einem Torerfolg zu kommen. Marquinhos jetzt. Toller Pass. Steinpass für Gnabry. Gnabry verliert den Ball. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Da zeigt der Schiedsrichter den Torwart gelb. Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden. Richtig guter Freistoß, da war nichts zu halten.